Ich habe Spaß, ich bin der Affleckteile Wegvermütter, los geht's. Ja, verzieh dich nur. Was macht hier solchen Lärm? Irgendein Zeichen vom Arzt? Ich hab nichts gehört. Ein Arzt. Und der Boss kommt bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Wotor. Sie denken, er wäre Arzt. Na, klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Die sind ja ärmer als wir. Nicht eine Münze. Dann hör auf zu flündern und such den verdammten Archivisten. Irgendwer findet ihn schon. Oder auf dem孩子 ist. Oder murler. Okay, so. Jetzt gehen wir uns. Ich muss mich einfach auf den Boden. Wir sind hier. Oh nein! Ich will dich nicht zurück. Wir sind die Stoffe. Hey. Kaisa? Ich seh lieber mal nach. Wer war das? Nicht hierher! Nicht hierher! Läuft es sein. Mhm. Mhm. Ja, das stinkt. Fast zur Hölle. Mir wird schlecht. Nein. Bitte nicht. Da oben. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell. Oh nein. Es frisst sie. Wir müssen hier raus. Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Er ist voller Leichen. Sieh nicht hin. Oh. Ja. Los. Schieb. Ein Massaker. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. In Guillen geht es weiter. Es breitet sich schon aus. Ja, aber... Sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Nein. Mh. Die da ist jetzt relativ falsch weg. Ey. Der kriegt auch. Ich glaube, er ist ein bisschen ausgemacht. Er kann nicht. Wenn nicht. Komm. Komm, helf mal. Mh. Gehen wir schnell. Schon so viele Tote, als ob es uns einen Schritt voraus wäre. Ja. Aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal. Ich glaube, die haben die Toten gezählt. Da ist ein Messer. Steckt fest. Komm schon. Na ja, gehen wir weiter. Hier entlang. Bitte. Nicht mit dem Messer töten. Ich... habe keine Wahl. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Na gut. Musst du wissen. Schau mal da drüben. Noch ein Symbol. Gut. Aber, Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Na ja, gehen wir. Ja. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey. Keine. Jemand los, der Punkt. Schätze, da oben. Hä? Was war das? Er kommt her. Hebe Entdeckung. Gar nichts. Oh, Mann. Du hast eine Leiche abgeknallt, du Idiot. Von wegen. Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen habe. Genug herumgespielt. Augen offen halten. Sonst darfst du Arno erklären, warum wir mit lehden Händen dastehen. Was zur Hölle? Moment. Habe ich mir wohl eingebildet. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Ähm. Wir suchen nach normalchemisten und finden stattdessen einen Massengrab. Aber alles gut. Warten wir einfach auf den Tod. Lina. Wui. So eine Zeitverschwendung. Ein Geräusch? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was war das? Ich brauche Schlaf. Was ist da? Ist da jemand? Nicht Gott. Ich habe schon Halluzinationen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jetzt kommen sie! Hört mir hier zu schaffen! Ich will dich doch herren. Ich will dich doch herren. Wer ist das? Ach. Sie können nicht weit sein! Halte die Einbringlinge hier auf! Schnell! Was bist du? 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 Was? Was bist du? Was bist du? Zeitverschwendung Zeitverschwendung Was? Was? Was ist das? Was? 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 Vielen Dank. Bitte sag mir, dass es hier ist. Oh Gott! Eine ganze Stadt! Das Symbol! Er ist im Turm. Er muss dort sein. Ach ja? Lukas, es wird nicht leicht, dort hinzukommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Und du bist ganz sicher? Oh. Na? Das ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Und da. Du bist hier. Nein. Oh. Oh. Okay. Chart. Oh nein, sie kann mir in der Platz. Ach, sie sind alle vergrüßt. Was ist das? Sie sind hier. Nicht die Fassel fallen lassen. Solange ihr sie habt, werden sie echt nichts tun. Was wollen die von mir? Komm zu uns rüber. Wir müssen wieder nach oben gehen. Die Sonne wird uns beschützen. Ganz ruhig. Im Licht seid ihr sicher. Alles klar. Woher kommen diese Bester? Da kommen mehr. Sehr viel mehr. Lasst weiter. Es sind zu fehlen. Nicht stehen bleiben. Beachtet sie nicht. Lasst weiter. Macht die Scheiße. Waaah. Ganz kürzlich. Siehst du einen Ausweg? Nein. Es ist zu dunkel. Oh, schnell. Mach zu. Hilf mir. Halt durch. Nein, nein. Das war's. Nein. Wir haben Licht. Noch sind wir sicher. Wir sind sicher. Alles gut. Ruhig bleiben. Bleib nah bei mir. Meinst du, wir kommen hier raus? Das müssen wir. Ganz vorsichtig. Ich wusste es. Hab doch gesagt, sie sind hier. Das sind ja Millionen. Aber wie können es schon so viele sein? Hugo, sie sind wegen ihm hier. Ja. Ja. Das sollte reichen. Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm Vaudant zu Hugo bringen und hier verschwinden. Meine Sachen. Ich hab sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja. Bitte lass die Fackel nicht fallen. Muss auch ihren Kaffee an? Na? Ja. Ich hab sie dabeicause worried. Aberні accessed Co仁 Sisters des H respuesta. Wir können diese Wand hochklettern, aber ich brauche freie Hände. Hm. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt bitte. Lukas, wenn die Nacht anbricht. Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Ah! Wir müssen weiter nach oben. Das Feuer hält. Vorerst. Vorerst. Acht! Noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Das Licht reicht nicht bis zur Leiter. Das Schloss an der Kette wirkt schwach. Ich sehe es. Ja. Sehr gut. Gehen wir. Schnell. Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Danke bei Ihnen dieses Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gib mir einen Like zu gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.